So liebe Sportfreunde, wir sind hier in Sölden beim Nene Trail, ein schwarzer Trail, ein schwarzer Naturtrail und zwar ein Shared Trail, also das heißt hier können auch Wanderer entgegen kommen und deswegen müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Ich bin vorhin einmal schon mal die Strecke runtergerollt, am Anfang ist es hier recht exponiert. Und jetzt kommt zum Beispiel eine Stelle, wo man hier schön den Speed raucht, jawohl, ganz gut durchgetrielt, aber ohne Speed mitzunehmen, kommt glaube ich nochmal so eine Stelle, demnächst, hier muss man rechts ein bisschen auffassen, mit dem Pedal, genau. Noch mal einen kleinen Schlenker, da sind schon viele hängen geblieben, mit dem Pedal oder dem Kettenblatt. So, dann war es die andere Stelle, der Gang war jetzt gut, zweimal reingetreten und dann ging es auch. So, jawohl, hier oben den Stein, hat er aber auch aufgesetzt. So, da vorne sehen wir nämlich schon Wanderer. Auch mal langsam, es gibt es hier noch dieses Moorbad hier. Ich versuch's nochmal durchzukommen, jawohl, jetzt hier rechts über die Steine. Sehr geil, hat geklappt. So, dankeschön. Ui, okay. Danke. So, aber, panorama, mega, mega, schön. Lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen rollen. Gehen ließens panorama. So, da hat die Felge einen Schlag abbekommen. Oh, Wanderer. Gehen wir mal langsam. Super, danke schön. Danke schön. Super. So, danke. Danke schön. Hey. So, jetzt haben wir, glaube ich, den ersten Abschnitt. Sind wir gefahren. Ei, ei. Ja, fahren wir gleich weiter. Ich geh jetzt rechts rein. Oh, ja. Oh Gott, das ist ein bisschen links und rechts eng für die Pedale. Ja, hier ist schon auch steiler. Oh, jetzt bin ich hier ein bisschen offline gewesen. So, jetzt haben wir den ersten Abschnitt geschafft. Jetzt geht's hier, glaube ich, ein Stück runter. Da werden wir vorspulen. Bis gleich. So. So. So, jetzt haben wir eine kleine Pause gemacht an der Alm. So, jetzt geht's hier weiter auf dem Trail. Letztenso, also gleich geht's in den Trail rein. Hier ist auch nochmal eine scharfe Ecke. So. Oh, super. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, hol. So. Also, wie ihr seht, wir müssen mit Fußgängern rechnen. Die sind hier also genauso unbeflex und gleichberechtigt wie die Biker. Oh, lecker, oh mein Gott. Ah, jetzt kommt diese Stelle hier. Oh, oh. So. Ah, hier geht's schon wieder rein. Oh. Da fährt man nämlich mit Speed auf immer größere Absätze zu. Und dann kommt dieses Türchen. Aber man muss scharf links abbiegen. Aber gut geklappt. Da schleudert es mir noch gut mit Felsen ans Rad. So. Jetzt gucken wir. Jei, jei. So. So. Rüber. Mal kurz wieder auf den Fossweg. Ah, hier geht's schon wieder rein. Ah, das Stück kenne ich, glaube ich, noch. Das finde ich immer ganz irgendwie von. Vorhin war ich, glaube ich, ganz außen. Oh, jei. Also, Linien habe ich keine. Egal. Dafür ist die zweite Abfahrt hier auf dem Trail. Und dafür geht's ganz gut. So. So, hier wird schon flacher. Bin mir gar nicht mehr bewusst. Ah, ja. Jetzt kommt hier so ein langes Stück. Gibt es aber so steinig und gerillen. Irgendwann muss man sich mal ein bisschen mehr rechts halten. Hier, glaube ich. Jetzt wird's ein bisschen flacher. Das sind Fußgänger da vorne schon wieder. Aber das ist in Ordnung. Vielen Dank. Super. Dankeschön. Auf so einem Trail geht's eigentlich. Der ist ja oft nicht so mega schnell. Wobei das Stück geht's schnell mal. Boah, jetzt rinnt aber meine Arme hier auch ganz schön durch. Und das geht auch für die Oberschenkel. Ob du das glauben wollt, oder nicht. So. Atmen ist auch immer gut. Nächster Frostweg. Kurze Erholung. Aber jetzt geht's, glaube ich, noch einmal kurz in den Trail. Und dann haben wir es geschafft. Nene Trail in Sölden. Richtig cool. Anspruchsvoll. Ganz anders als die geschäften Trails. Uah. Puh. Ja, schüttelt's einen durch. Der Wahnsinn. Aber geil. So. Nene Trail vorbei. Jetzt cruisen wir hier noch runter die Forststraße. und kommen dann unten an den geschäften Lines raus. Geil war's. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.